Ich bin echt gespannt, wie viel er jetzt aufgedeckt hat. Oh, uff. Einiges. Dann machen wir das als nächstes und dann die Quest. Okay, das sieht awesome aus. Das ist alles dann so hoch gebloppt. Nein, nein, nein. Was? Nein, nein, nein. Ich liebe den Mikro-Sing. Ich habe nicht umsonst fast 1000 Stunden im neuesten Teil. So, weil das Minut Cursed kam doch auch so in der Nähe von... ...dem weißen Ding da, oder? Ja, bei AC's Assassin's Creed. Ja, bei Mikro-Sings Eltern wurde vorher schon mit AC abgekürzt. At least for me. Alter, ich sehe hier ja nichts. Warte mal kurz. Einfach mal... Zur Sicherheit. Finde und beseitige die Ursache. Ich sehe ja nicht mal was. Ich werde das Ding anschießen. Dass sowas gibt es ja wohl. Oh. Blutverschmieterbrief. Vergib mir, oh Herr Jesus Christus, aber dein Licht verschmochte... ...verschmochte... ...aber dein Licht vermochte uns nicht vor der Dunkelheit zu schützen, die unser gesegnetes enger Land heimsucht. Hier stelle ich diese hohen Stangen her, um Flüche auf die Dänen zu schleudern, auf das sie angst erfüllt dahin zurückkriechen, wo sie hergekommen sind. Möge der Teufel tun, was er am besten kann, oh Herr. Sympathisch. Scheint ja nicht geholfen sein, wenn ich mir dich so angucke, wenn du es gewesen bist. Wowie. Aber sowas könnte ich mir gut vorstellen, in dem Teil mit den Ägyptern. Nein, du sollst... Du sollst eigentlich markieren und nicht demarkieren. Verschmochte. Ja, das war nicht ganz so wie ich das kennen wollte. Ich kann ja manchmal einfach nicht lesen. Easy. Aber wenn du so mal verlooted hast, mit Sicherheit auch bei Assassin's Creed Odyssey und Origin, oder? Yay, Wölfchen. Ganz, ganz viele Wölfe. Oh, sieht die... Sieht die Betrayt gerade bei mir nur so kacke aus, im Stream? Liegt das gerade an... an mir? Warte mal. Ja, okay. Naja, alles gut. Alles gut. Ich dachte kurz, äh... Ich dachte kurz, äh... Ich dachte, 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 äh... Ich dachte... Okay. Heißt, das Bettgefüße... Aber sollen sie... Okay... Wenn sie eine Liebung zu dir... weiterhören. Sie ist eher deinem Typ, glaube ich. Nein, nein. Das ist deinem Reise. Komm jetzt! Nehmen Sie sich nicht auf deine Füße. Boah! Sigurd, was bringt du dich ins Bett zu meinem Camp? Ich weiß, dass du schon wissen. Ja. Die Empressen auf dem Boden dich verraten. And yet, if you are here talking to me, King Bergeret remains at large. And who are you, lovely dove? Want to perch your ass on my lap? That's not why I'm here. Where is King Bergeret? That is what you want. And what makes you think I have the slightest idea? We found letters. The two of you have a history. What can I say? The King pays well for my services. If only I could say the same for those two Ragnarsson-Plots. You're dealing with me now. And I want to know what you know. Name your price. Very well. I could use another cow. And you can cover the cost. 520? Yeah, well, I need... Well, now I have my silver for anything else needed. And I... Can I not see? No, I can not see what I have. Well. Here is your silver. Hmm. Right as a plum, aren't you? So eager. Out with it. Burgeret paid me to steer the Ragnarsons clear of two areas. Let the Chester and Templebroch fort. It was a hefty amount. If I were you, that's where I'd look. And that is all I know. Not more, not less. We are done here. You are done here. Let the Chester and Templebroch fort. Do you know these places? I don't. But the brothers will. I'll bring this news to them. Don't stay around here too long. We've got a king to catch. I have Lea... Lea-Kester and how it's just spoken. I know I can't even see. But I'm sure I'm off stream. Or? I must see. Oh. Here is to go around. That's good. Yeah. Yeah. I've already seen a couple things on. I remember. But the other thing was... What were the other thing again? Shit. I forgot. Oh what was I forgot? From Burg? Or so? I forgot. Oh, I'm kidding. I've already seen the station on me. I told you I'm here. Why is these red? I didn't get red. Yeah. I thought I was here. mich hier rumrennen lassen, ist mir halt ja egal, oder? Und da ist ein Schlüssel. Und Schlüssel kann ich immer gut gebrauchen. Das stört dich doch nicht, oder? Ähm. Hm. Hm. Tonnas Tagebuch. Ich war in... ...Hepedun. Ich sah, was diese Dänen so kurz halt aus der Stadt gemacht haben. Nö, nö. Man kann kaum noch erkennen, dass dies einst eine sechste Stadt war. Ragnarossons Heer wird klug geführt. Und zwischen uns, zwischen sie und den Thronen, Marciase, stellen wir der sichere Tod. Stattdessen werden wir auf dem Grenzstein wandeln. Den Geheimnis seiner Frau umbringen und so viel wie möglich aus beiden Seiten herausquetschen. Ein gefährlichstes Spiel, doch wir sind ihm gewachsen. Ah, wart ihr leider. Ob das wohl... ...war? Nicht mein Bier. Damit habe ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Okay. Die sind hier irgendwo unten drunter. Das deutet... Oh, da ist was in dem Haus drin. Jetzt muss die ja irgendwo einen Keller oder so geben. Wieso kann ich bei den weiteren Attentaten durchführen? Das macht keinen Sinn. Irritiert mich. Und ich habe Schiss, dass ich irgendwann aus Versehen R1 drücke. In irgendeiner komischen Situation. Die sind halt super weit unten. Ich muss da vielleicht irgendwie von der... Ich bliege gleich mal mit dem Raben mal an die Seite. Okay. Nee, da konnte ich glaube ich nicht rein, oder? Ach, da kann ich rein. Gut. Ich liebe das Klettern manchmal in Assassin's Creed. Es ist so... Es macht so viel Sinn manchmal. Lass los. Meine Herren. Pff. So, mal gerade ganz kurz. Weil, wie gesagt... Es ist so weit unten... ...dass ich mir vorstellen könnte... ...dass ich nicht durch das Dorf da reinkomme. Ist das... Schwierige Kiste, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Der Eingang dazu könnte überall sein. Aber ich habe doch eigentlich einen Eingang hier auf der Plata. Und das sehe ich gerade. Ups. Wo ist der? Hinter mir. Ah. Ach, das hier ist Sperrgebiet, oder was? Wowie. Okay. Kurze Freude von uns beiden. I see. Ah, es waren zwei, die... Oh, what? Ist ja auch spannend. Hat der sich jetzt gerade geheilt? Du miese Drecksfoot. Ach so. Dann schmeißt du mal. Kommst du da oben mal runter, oder...? Wo kommst du? Ganz schlechte Kiste. Ach, warum seid ihr jetzt so zweit, ey? Was tun wir jetzt da miteinander? Okay, ich muss immer warten, bis du angreifst. Okay. Hör auf dich zu heilen, ne? Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Jetzt schon wieder geheilt. Ei, 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 ei. Da geht's doch. Ich glaube, wir haben einen Schuss nicht gehört, ey. Okay. So. Okay, naja. Jetzt darf ich ja runter, ja? Oh Gott, die Sonne, alter. Ich bin blind. Ich benutze mal einen herkömmlichen Weg. Ich weiß, ich weiß, dass man nicht gewöhnt von mir, aber... Warum sollte man hier oben rumrennen? Hat das einen Sinn? Ne, nicht wirklich. Okay. Okay. Der könnte sein, dass... Uh, uh. Junge, Junge, Junge. ein neuer helm gucken wir noch mal direkt nach was der so 26 okay der hat nicht so nicht so gute stats um mich zu sagen ich kann ihn verbessern okay genau ich könnte es besser aus welchen ist weniger widerstand ist höher in widerstand nicht so aber rüstungswert ist auch ein stück höher jägersatz ich habe ja nichts von wegen ich darf nur so und so viel tragen daher ist es okay brief von iwa ich habe deinen gestatten gesandt verprügelt weil es wagte eine unverfrorene forderung auszusprechen jetzt sein arsch ganz rot vielleicht bläulich bis er bei dir eintrifft weil es nicht klar genug war schreibe ich hier noch einmal unmissverständlich bezahllichen gütern burgrids wehrgelder gehören uns das gefällt dir nicht dann komm her und wirbel mit deinen wabbeligen kuhäutern in heo pelon herum nur spar deinem gesanken eine weitere tracht prügel und falls der brief noch ein bisschen stinkt dann nur weil ich darauf geschifft habe iwa jay und ein flusses neufäßigkeit rabenablenkung äh hier rabenablenkung hallo setzte einen raben sind sind in einen um gegner kurz abzulenken ok ich nutze von diesen fähigkeiten super wenig ich sollte davon mal ein paar mehr benutzen ich weiß dann haben wir das voll übersehen wo ich da gewesen bin oder mal kurz nach und wird gucken wie viel silber ich noch habe Inventar Tasche 1400 ja gut gut mit 500 wären wir jetzt fast bei 2000 das ist natürlich bisschen mehr aber dafür was ich alles finde ist das ok da komme ich nicht hoch dafür ist der ganze kram hier unten was zum tust du da guti dann ich meine hier rennt keiner mehr rum also kann ich hier auch mal gerne mich kurz umgucken da ist eine öffnung benutzt doch ja dann benutzt halt die nicht genau das habe ich gehofft ok ansonsten ist ja glaube ich nichts mehr außer halt der turm da aber da dürfte jetzt nichts spannendes drin sein im ehrlich zu sein was das ding hier kann mit dem irrt machen da ist aber nur eine verschönerung der landschaft dann sammeln wir jetzt die beiden schätzen rein die in dem dorf sind und und auch okay ich mein damit kann ich ja auch leben dann kletter ich hoch Oh, es ist irgendwo innen drin. I see. Ah. Okay. Und jetzt? Ne, kaputt machen kann ich das dann nicht. Oh, ich habe die Leiter gesehen. Lass los. Lass dich fallen. Wieso geht das nicht? Ich hasse es manchmal. So. Ja, okay. Man muss halt keine Leiter. Das ist auch gut. Hier. Oder noch eins höher. Noch eins höher. Ja. Ich meine, siehst du, sind wir uns eingegangen, ne? Muss hier mit klarkommen, dass hier ganzes Ding ins Bad leer ist. Wieso kann ich hier gerade nicht schlagen? Dein Ernst? Mach ich's halt so. Okay, aber hier war eh nichts Spannendes anscheinend. Das ist ja unterwältigend. Und das letzte mit da. Ich hatte einen verschossen. Ist das auf der anderen Seite auch eine Leiter? Oder wie kommt man auf die andere Seite? Ja, da ist auch eine Leiter. Okay. So, 61 Meter in diese Richtung. Noch weiter unten drunter? Nee. Ja, doch ein bisschen. Ich mag keine Schlossentüren. Okay. Das ist zum Aufmachen. Kann man aber auch nichts hin runterschmeißen hier. Also muss ich aufschießen. Ich will gerade was zum Plündern. Aber hier oben. Dein Ernst? Hä? Das darf hier sein. Was ist denn mit euch falsch? Ja, sofort. Kann ich die auch irgendwo? Jo, kann ich. Waui. Das war richtig gut geworfen. Albo. Warum wirft er sie so weit? Ja, okay. Ist mir egal. Oh, Angebote. Okay. Ja, das sieht ja vertrauenserweckt aus hier. Ey, das ist manchmal so ein Affe. Ach, das ist noch aus dem Plündern. Versteht doch nicht so ganz, ob man sich die Angriffen hat. Nur weil ich das jetzt aufgemacht habe. Oder warum hat es nicht angegriffen? Aufzuschleichen. Ich renne jetzt einfach trotzdem raus. Ja. Scheint ja keinen zu stören. Ich bin mal gespannt, was die Brüder so sagen. So, weiter unten sind, als man fährt. Holy shit. Hier unten sind sie. Ich wollte absteigen. Und was machen wir mit Tona? I would bet the sweat off my sack She's writing to Borgerid now Offering silver for a warning about us. Let me worry about that. We should get moving, Drinkir. I can take the fortress of Temple, bro. I will join you, Sigurd. That leaves me let the chest up. All by my fucking lonesome. Bring a friend, brother. Maybe Eivor dares to be called, Pat. Ich kriege den Irren. Jetzt haben wir eine Quest abgeschlossen. Nice. Mehrere Quests angenommen. Ah, da haben wir Leakastar. Wo ist das andere? Wo zum Ist denn dieses Tempel-Pro Da oben, Alter? Uff. Na gut, ihr Lieben. Ich weiß schon mal, bevor ich es vergesse.